So, da sind wir wieder bei Second Sun in Famous. Ne, warte. Ah, hier, hallo. Ähm. Und zwar geht's jetzt um Folgendes. Wir werden heute halt die Gegend mal säubern, ja. Ist das Auto in Betrieb? Ja. So, wo sind die Gegner? Ich seh sie nicht, ich seh sie nicht. Oh. Jetzt hab ich etwas weggefetzt, was ich nicht wegfetzen wollte. Aber egal. Oh. Was soll's. So. Origami Airlines. Let's get sprayed. Let's get sprayed. Ich treffe mich nämlich noch gleich mit dem Herr Dreamtags. Eine Spraydose in der Hand, erschönert jede Wand. Ach schön. So, da haben wir noch eine Chem. Oh, ja Mann! Ich glaube, es wäre besser, wenn wir alles hier systematisch abarbeiten, ne? Nehmen wir das oberste. Machen wir erstmal die hier. Ach, ist das schön hier. Da gehen wir mal rein. Und da oben wieder raus. Fast. Die ist nicht kaputt. So, nächstes ist das hier. Was habe ich verdient? Oh, die junge Dame braucht Hilfe. Naja, jung ist was anderes. Japse! Ähm. Soll's da runter... Ein Eis. Mit einer Kirsche oben drauf. Boom. Eisbombe oder wie? Das sieht gleich viel schöner aus. Ach, geil. So. Nächste ist die Scherbe und ne Audio-Datei. Okay. So, dann nehmen wir die Audio-Datei damit. 51 Scherben haben wir, Alter. Boah. Jo, Leute, was geht denn? Selfie! Sorry! Sorry! Was ist das? ... und organische Kräfte wohnen wie die Menschen. Rat erwies sich als kaum kontrollierbar. Papier vermittelte nicht wenig starke Unsicherheit. Überraschenderweise war Glas lange Zeit im Rennen. Er wies sich schließlich aber als kaum beherrschbar. Augustins Betonkraft kristallisierte sich immer mehr als beste Möglichkeit heraus. Sie war das Aushängeschild des D.O.P. Es war wohl ein Schock, die Truppe mit ihrer Kraft auszupassen. So. Rogen die verhindert. Next. Kamera und Drohne. Hallo. Kann die Drohne nicht da unten sein? So, dann können wir jetzt ne Kamera finden. Ähm... Da. Mhm. Da rennt ne olle Tusse rum. Das ist die da. Das heißt, die Kamera ist... Da. So, dann geht's weiter mit Arschloch finden. Hm? Das ist der da hinten, ne? Such dir einen Job, Mann. Ja. Ja. So. 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 Äh... Grenze. Also diese Protestanten, weißt du, die gehen irgendwie einem auf den Sack irgendwann. Oh, mit LED-Unterbeleuchtung. Ist aber leider verboten in Deutschland, sonst hätte ich das auch schon gemacht an meinem Auto. Ich finde das so geil. Was, hätte auch nur Taktan gehabt, oder? Echt jetzt. Hoppla. Ich muss da hoch. Ah, du kommst runter. Ist mir auch recht. So, nächstes ist da. Huch. Sehr schön. Äh. Hä? Wo sind die Viertelfinalkampfmissionen? Dann machen wir die gerade mal. Sehr schön. Aufpassen, dass kein Zug kommt. Da oben ist es. Toll. Ich dachte, ich werde jetzt irgendwie episch davonfliegen oder werde weggefetzt, aber nö. Der schiebt mich einfach weg. Du sollst da hoch. Los geht's. Hallo, hier ist die Diopil-Notrufzentrale. Möchten Sie einen Bioterroristen-Vorfall melden? Ja, hier ist Delson Rowe. Was machen Sie jetzt? Bitte warten. Bitte warten. Los geht's. Wo sind die denn alle? Nicht in Reichweite. Scheiße. Nichts hat's gebracht. Die fliegen ja alle durch die Gegend. Dem habe ich's hart gegeben. Sind sie denn alle? Ah. Und tschüss. Da kommst du hoch oder ich komm runter. So. Das war's aber. Super. So, da haben wir noch ein paar Leute. Sehr schön. Man kann ja auch irgendwie noch sein Aussehen ändern, gell? So, 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 so. Wo ist denn der Knast? Da hinten. Raus mit euch. So. Da haben wir noch eine Scherbe da oben. Wie komm ich denn da hoch? Ah. Ah. Wie komm ich denn da oben? Jackpot! So, können wir den Orbitalflug irgendwo einsetzen? Nur da. Dann mache ich das gerade mal. So, erst die Leute befreien. Blub. Echt jetzt? Nigga! Los geht's! So, noch jemand? Geil, auch so die ganze Zeit hier so ein Funkenflug. Ach, ne Kamera haben wir übersehen. Kamera, Kamera. Oh, schon 18 Minuten. Na dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge. So, wieder. So, noch mal. So, jetzt.